Soviel begegne ich ja nicht. Das wäre äußerst fatal. So, wie kommen wir jetzt hier lang? Hier geht es rein. Flitten Munition, Schießpulver plus rustige Reste. Flinte habe ich im Speisezimmer gesehen. Rohrbombe, Schießpulver plus rustige Reste plus Kraut. Wir können jetzt Rohrbomben herstellen. Ist ja fantastisch. Sollte mir bei der Flucht helfen. Rustige Reste. Ist ja fantastisch. Gewehrmunition kann ich gerade noch nicht gebrauchen. Wir haben noch kein Gewehr. Jetzt brauchen wir noch einen anderen Schlüssel. Drei Masken finden. Das 10 bringt so gut wie gar nichts. Wieso halten die so viel aus? Ein Hauptspiel war in diesem... Anrichten noch irgendwas drum. Und hier ist nur wieder... Wieso sind wir hier im Kreis gelaufen? WTF? Oh, sag ich jetzt, sind wir im Kreis gelaufen. Das kann man ja nicht durch. Und da haben wir neue Kräfte bekommen, die wir uns da jetzt durchlassen Großartig, dass wir hier im Kreis laufen Hier kommen wir hier lang Achso, wir sind aber näher rumgelaufen Willkommen in der Galerie der Verzweiflung Eine wundersame Ausstellung jener Glücklichen, die mindestens eine Maske zu erobern vermochten Lass deine Augen über die wenigen auserwählten schweifen deren letzten Momente der Verzweiflung für alle Zeit in dieser Galerie festgehalten sind Bezeuge an dieser Stadt das Licht des Lebens aus einer anderen Perspektive Aha Wir sind schon weitergekommen als die meisten Das ist ganz schön hartnäckig, Miles Aber kannst du einfach... Ach, weg, weg, weg Keine Schüsse zu verschwinden Hm So, in die großen Warten da war es jetzt noch eine die goldmaske und wo kriegen wir die jetzt hier? Stun Invest drauf. Die Karte zeigt das nicht mehr. Komm, nutze mal. Vielleicht kann man da oben jetzt, wir haben jetzt das letzte Gemälde, das letzte Bild tut. Das kann man da bestimmt jetzt hier im Weinsam einsetzen. Das muss man noch richtig platzieren. Wir finden die richtige Reihenfolge heraus oder wir versuchen uns einfach. Es gibt ja nicht so viele Optionen. Klebein ist nicht richtig. Das ist etwas merkwürdig. Die Räuber stehen im Reihenglied. Ein Lieder auf seine Beute schielt. Aha. Dazu müsste man das Bild rausnehmen oder nicht? Schmetterling ist im Raum fixiert. Da würde ich aber sagen... Schlange und hier die Spinne. Ja, schielt irgendwie nicht auf dem... Schmetterling muss eigentlich rechts hin, weil der auf gar keine Beute schielt. Weil der... Das können wir irgendwie nicht machen. Ich glaube, das kann ich Fixiert bist du. Mhm. Eine Schlange schaut auf den Spinner. Und du schaust auf den Adler. Und wenn... ここ drüber pigeons immer die Schlange. Und du sch reportersst bittest du. Ja keep Jam, man. Sie sind dort re Senior in der Nähe Höller. Du. ich muss noch ein gemälde müssen wir was anderes oh, 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 da ist noch weitere doch, das ist fixiert, ich habe mich nicht umgedreht, ach du scheiße okay, das macht das ganze ein bisschen interessanter das Schmetterling spielt auf Frosch hm, wie lösen wir jetzt das? also ein Schaf der Wolf steht auf das Schaf ah, okay, der schaut hier rüber das heißt, der Schaf muss hier rein und der guckt hier rüber das Schaf was könnte das Schaf angucken? was könnte ein Opfer vom Schaf sein? das guckt hier rüber ein Frosch eine Schlange hm Frosch der Frosch käme höchstens und frage und der Frosch guckt dann ein Schmetterling und der guckt nicht auf den Schmetterling die Schlange die Schlange guckt auf den Spinner so vielleicht als ob zwei Lösungen wieso war das die Lösung? das 3e Problem ist zurück ist die Herrlichkeit die gehörende Maske möglich für günst sein ok dann holen wir uns mal eine Flinze ab und können weiter in den Raum jetzt können wir der Flinze wahrscheinlich den Gegner besiegen da passt auch der 3e für rein 2e Schuss gab es nicht oder? wäre zu lügig das gefällt mir schon besser jetzt haben wir Schuss gebrochen dafür herstellen können wir noch nix 3 Schuss haben wir aber parat und dann 3 Wir nutzen die dritte Maske. Es ist hier fast zu einfach. Ich will keine Munition verschwenden. Wir schaffen das mit ihm. Ja, sehe ich auch so. Drei, Schluss. Okay, passen wir hier. Da kommen wir nicht ran. Da ist die gründe Maske. Das heißt, wir müssen nach oben. Anders kommen wir nicht an die... Ist das die letzte Maske? Ja, gut beschützt. Das ging von hier nicht hin. Vielleicht brauchen wir noch eine Verstärkung. So, Entfernung. Das sind Teile, die wir können. Nein, die können sie nicht. Und da machen. Schießen nicht, aber... Was ist die Gäste brauchen wir da noch? Wie viel Munition haben wir für die Knarrer? Und nicht mehr viel. Gebe es trotzdem erstmal auf. Dann mal nämlich Knarrer Munition. Wir können hier irgendwas... Okay. Dann können wir hier irgendwas... Dann können wir hier irgendwas... Spielen. Spielen. Ne, hier eigentlich nicht. Ach, sind wir wieder hier, oder was? Ja. Wollen wir hier nicht schon mal... Da geht es wieder zum... Hauptraum. Ah, ja. Da sind wir früh gleich im Kreis gelaufen. Wo können wir jetzt hier... Wo können wir jetzt hier... Wo können wir hier vielleicht... Wir müssen da noch weiter rüber. So. Und dann müssen wir hier vorbei... Vor da... Vorbei. Kann man die Konzertseile durch einen anderen Raum betreten? Kann man... Fühlt sich jetzt nicht... Hm. Hm. Wo können wir die Konzertseile... Können wir... Nur durch hier... Betreten. Hm. Hm, hm, hm. Wir kommen... Wir kommen jetzt an die... An die letzte Maske. Die steht dort ziemlich... Ziemlich in dem Schleim drin. Schleim können wir nicht lösen. Da müssen wir hier oben erst mal noch... Hm. Wie kommen wir denn da ran? Ja, vielleicht von unten... Bin ich blöd und wir können das von unten schon lösen. Da ist sie von hier oben... Ich weiß sie von hier oben... Ich weiß sie von hier oben... Auch kein günstiger... Ich weiß sie von hier oben... Auch kein günstiger... Das müssen wir wegkriegen... Jetzt sind wir außerhalb des Winkels... Daher kommen wir auch nicht lang... Hä? Ist wieder zu weit entfernt... Können hier nichts machen... Was? Was sehe ich hier irgendwas? Ich gucke nochmal von unten... Ist hier irgendwo was? Ne. Die können wir zerstören... Die können wir zerstören... Munition... Ja prima... Bitte was? Was? Ich verstehe dieses Ritze nicht... Mach mal hoch... Bei dir den Zugriff auf eine... Ich verstehe dieses Ritze... Ich verstehe das... Ich verstehe das nicht... Ich verstehe das nicht... Hier zu Griff auf einer... Die da reichen noch nicht. Sehe ich was nicht, was ich sehen sollte. Ich verstehe das nicht. Nichts erreichbar. Du musst eigentlich sehen, was erreichbar wäre. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Leute, ich blieb es nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Jetzt haben wir was. Ich würde ihn noch schlechter erreichen. Und vielleicht... Das ist doch nicht wahr. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ach ne. Ach du kacke. Wir haben jetzt ruf die Munition. Es muss hier noch mehr Kerne geben. Aha, das löst aber noch nicht alles. Achso, jetzt können wir da rüber. So, wir greifen langsam. Können wir mal hier... Was geht hier? Ach du Scheiße. Noch ein Schuss, das sei nicht gut. Vor allem deswegen. Da sind die Reste, die wir gebraucht hätten. Jetzt sollten wir hier unten ja weiterkommen. Das ist klar. Wir haben eine Goldmaske. Oh oh, Cutscene. Okay. Was jetzt? Da ist es nicht gut. Da ist es gar nicht gut. Wo bin ich? Raus aus den Federn, Kleines. Das ist noch weniger gut. Warte. Du warst nur einen winzigen Häschensprung von deiner Belohnung aus Kristallen entfernt. Ich wusste, die echte Rose wäre viel lebhafter. Es wäre eine Verschwendung, dein Leben einfach so zu beenden. Lass uns noch ein bisschen Spaß haben, ja? Na komm mit, Schmollen. Ich habe nur eine Lennart an vorbereitet. Das versteht aber noch nicht. So viele Skleron ziehen. Und fast alles abtraten. Na, was denkst du? Findest du die echten? Der bleibt nicht viel Zeit klein. Zick, zack, tick, tack. Beeil dich. So, die Fernseher um die loslösen. Wie soll ich denn bitte den richtigen finden? Alle um den Fernseher rum. Hoppla! Mir scheint dir fehlt das richtige Auge hierfür, Liebes. Nur noch zwei Minuten, keine Zeit zu verschwenden. Tiefer als das Fass. Welches Fass? Was weiß ich, was weiß ich, was weiß ich. Nur noch 90 Sekunden. Lebt. Zu dumm dafür. Hilfe ist das, was sie kann passen. Ja. Das ist eine Stimme. Ich bin nicht so dumm dafür. Rechts. Hier irgendwo. Das ist fast tiefer als das fast links. Was haben wir hier? Das war mehr Dugger als... Mixed one. Kaputte Wand. Kaputte Wand, Kaputte Wand. Ich hab zu viel verschwenkt. Ich bin's. Ich versteh's nicht. Kaputte Wand, hier. Hier, hier, hier. Verdammt. Ach, verdammt. Ich muss... Hier, jetzt. Verdammt. Kenn ich keine Bau mehr. Okay, next try. Erster Tod im Spiel. Das ist deprimierend. Und wo steht jetzt der Safe Punch? Wo steht jetzt der Safe Punch? Wir haben alle Untertitelung. Wir gehen, bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020